So, drei Jahre, 55 Zentimeter hat dieser Konishi Shusui, auch einer, bei dem die abartigen Gene dann irgendwann mal durchgeschlagen haben, die Wildgene. Aber ich sage Ihnen, der Koi, der sieht zwar erstmal aus, als sei er Santa Claus durch den Kamin gefolgt, aber er ist nicht unattraktiv. Schauen Sie mal, wie die roten Flecken hier, wie das Schwarz dann nur ranwandert, aber nicht reingeht. Also ich mache das jetzt wie Konishi, Konishi ist der Weltmeister im, ich finde immer was Schönes, was einen Koi toll macht, aber ich finde den wirklich irgendwie witzig. Und ich denke, dass der auch noch ganz gutes Wachstumspotenzial hat. Hier wurde nicht so gefüttert, dass, also ich bin am Teich gestanden und habe gedacht, wow, die Fische haben Potenzial, aber 1 bis 1,5 Kilo muss man denen dann in einem guten warmen Sommer geben. Und hier wurden maximal 700 Gramm gefüttert und der Körper ist sogar richtig geil. Ich glaube, den kaufe ich, den ersteiger ich. Ich ersteige jetzt mal einen eigenen Fisch in meiner Auktion, weil es ja kein meiner Fisch, sondern ein Ralf seiner.